Ja, dann müssen wir mal in die Kamera gucken. Eins, zwei, drei. Ja, genau. Ja, hallo zusammen. Wir nehmen am E-CANBOY 2021 teil. Und das heißt, ich werde mich jetzt schon mal auf den Weg machen, damit ich auch pünktlich ankomme. Also, bis später. Hallo, hier sind Ravi. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem kleinen News-Video. Wahrscheinlich werdet ihr es schon gehört haben, beziehungsweise halt auch in der Überschrift gelesen haben, wir nehmen am E-CANBOY 2021 teil. Hallo, hier ist Ravi. Sven. Und unser Eisbär. Ja, was ist der E-CANBOY? Der E-CANBOY ist eine Verbrauchsvergleichsfahrt zwischen Elektrofahrzeugen und dieses Jahr geht es von Mörsen nach München. Das war schon besser. Nochmal? Ja. Eins, zwei, drei. Und da sind wir dabei mit einem Airways U5. Ja, wer sind wir? Wir sind Ravi, Sven und unser Eisbär, der Airways U5. Und ja, wir wollen natürlich auch so ein bisschen darüber berichten, wie es dann unterwegs ist. Und dazu brauchen wir aber noch ein paar Abonnenten auf diesem Kanal hier, beziehungsweise ich halt für meinen Kanal, damit ich dann auch live streamen kann, weil das geht leider erst ab 1000 Abonnenten und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Wiedergabezeit. Also schaut fleißig meine Videos und abonniert diesen Kanal und natürlich immer Däumchen da lassen, ja, also Däumchen rauf. Eins, zwei, drei. Hallo, hier ist Ravi. Sven. Und unser Eisbär. Scheiße, jetzt habe ich gemennt, weil ich gerade überlegt habe. Schaltet immer aus, ist gut. Ich würde sagen, wir nehmen es nochmal auf, wenn kein Auto fährt. Also eins, zwei, drei. Wir. Wir. Eins, zwei, drei. Wir wollen am Eken. Ich bin so doof. Eins, zwei, drei. Zieht euch warm an. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein. In der Kürze liegt die Würze, wie es so schön heißt. Mein Abendessen ist fertig. Ich kriege so langsam Kohldampf hier. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Cool. Nochmal, jetzt gerade keiner da. Eins, zwei, drei. Hallo, hier ist Ravi. Sven. Und unser Eisbär. Der Airways U5. Wir. Wir wollen am E-Cannonball 2021 teilnehmen. Und für Eiseskälte. Bei unseren Mitstreitern sorgen. Zieht euch warm an. Ja. Ja. Ja.